hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal glück oder können richtig bundes bin ich begrüße euch hier euer glück oder können ich versuche mich mal in cs go ich bin ehrlich ich habe es vor jahren schon mal probiert ich kann gar nicht klar ich habe eben zwei testrunden team deadmatch gemacht die erste war die zweite war okay ich bin nicht sehr gut da drin und ja ich wollte trotzdem ein video machen einfach mal eine runde team deadmatch ich habe einfach bock drauf ich hoffe es gefällt euch wenn es euch gefällt lasst mal ein abo da da was den kommentar aktiviert die glocke und like das video bei 20 likes gibt es eine zweite runde danke ich bin hier raus nach draußen los geht's mit dem reingeworfen glaube ich ich nehme wieder die seite hier ja darum kann man ruhig noch bleiben schade mit den reinglauben zwei minuten 10 man dass mein kirk geklaut danke ist nicht schlimm ich bin echt gut hier drin wie gesagt zweimal habe ich die karte jetzt gespielt davor vor jahren ich glaube es gibt es echt gut mein problem ist die über die faden kreuz zielen das kriege ich nicht hin warum ist eigentlich alle bot auch in der letzten runde waren so viele die sich bot genannt haben ist das ein gag bei cd ich bin ja hier extrem neu unterwegs und bedenkt wie alt das game ist und viele haben mit dem game angefangen also das banni hoppen bringt was ne hey bei bier hallo banni hopper nämlich kann man hier nicht hochkletter banni hopper nehme ich mit wart auf mich kontaktmäßig aber gerade echt scheiße werde auf jeden fall dann eine zweite runde gleich starten wenn ich schon reingeworfen werde und mal gucken ob das besser ist ja gut zu mir ja ich bin gleich tot ich habe auf meine energieanzeige nicht geguckt ich war total verwirrt nee nee keine sniper keine sniper nehmen wir die hier aber keine sniper und das mit den waffen wählen alter wie habt ihr das damals alle gemacht die mit dem game angefangen haben das ist ja hochkompliziert ohne scheiß was ist das jetzt okay ich gebe einfach mein bestes aber ich bin natürlich nicht so gut und was mich irgendwie abfuckt ist wenn du beschossen wirst dass du langsamer vielleicht das wheel aber es nervt entschuldigung ist richtig gewöhnt ist okay eine runde machen wir doch hey das war echt mies ein kill nun ja also natürlich wieder die guten die antiterror einheit nee das möchte ich nicht kann man kann irgendwie wechseln und was habe ich gelesen das war falsch okay kein problem pump und pistolen bin ehrlich damit wir jetzt mal auch sehr schlecht gefahren also kein problem als und scheiß bin immer wieder begeistert wie schnell man den game sein kann ja das behalten wir mal fakt ist noch die aufwärmphase ok die zählt nicht und sorry alter was für ein schwein ach so warte mal wie war das ach so habe ich noch nicht schade und los geht's runde nummer zwei und ja ich bin immer noch ein bisschen geflasht wie das spiel hier sich verhält ganz glück mit controller spielen das würde es ja auch noch nicht geben muss auch ehrlich sagen das waffen auswählen finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig dass man getroffen würden dann langsamer wird wenn ich auch sehr gewöhnungsbedürftig und das über das steuerkreuz hier zielen das ist so seltsam weil du kannst ja nicht anvisieren das geht ja nur bei gewissen waffen bin jetzt aber nicht negativ auf das game eingestellt nur ich bin extrem extrem mies das war meine ich habe geklaut aber irgendwann auch hier ist keiner der sport also man müsste sich sehr viel zeit nehmen um dem spiel gut zu werden ok zeigt sich nicht immer lang bevor ja bei mensch mensch manchmal kann ich aber nicht immer ja das sind so glückstreffer aber egal irgendwo spawns hier ist ein zufälliger sporn habe ich auch erst gelernt doch nicht über ein fragezeichen hallo wie klettert man doch man kann und gewisse sprünge machen ich erkunde die umgebung verdammt okay die beiden mal ich nehme über alle zuwilligen waffen mit kein problem manchmal wechsel ich gesagt das ist meine jetzt wenn man die zwei minuten mitzählen die weben hatten das meine vierte runde und teilweise was man geile kills dann hast du mal wieder gegner dies ich habe keine spritze die es echt drauf haben und die wirklich schon länger wohl dabei sind oder so aber echt echt drauf haben inzwischen ich mag es nicht und irgendwie faszinierend ich weiß nicht warum genau wie das meine ich die krankheit aber derik habe ich doch schon mal gelesen sind das wort so dass das echte spieler und der spot steht wirklich robot ich habe keine ahnung klärt mich wieder auf weil dann haben wir so wenig spieler dass wir viele bots dabei haben wo war der also wenn der bot steht dann sind das wirklich sports hat er jetzt nicht zweimal miteinander gekillt ohne scheiß nee das möchte ich nicht so aber wie gesagt ich bin so zwischen bau und kann mich da noch nicht entscheiden als ich damals gezockt habe war echt schlecht das minimal schlecht wirklich minimal schlecht die wohl auch entfernen skilzeln wenn das meiner war wenn wir mal leichten filmen nein nein dass ich dachte ist leichter kill weil der das board das sport echt keine ahnung man oh mein gott das ist aber ein bisschen das nervt nicht nein das hätte ich brauchen können also du musst komischerweise ist aus meiner sicht das spiel gefühlt langsam aber extrem schnell wenn man stirbt gesagt dieses zielen über das reine steuer kreuz nicht an wie sehr möglich das ist so eklig ich bin verwöhnte cd spieler ja oh man ich will nicht meine leute beschießen man ich habe noch nicht mal getroffen wie hoch ist der wie groß denn die hitbox behaupte ich jetzt ich weiß es nicht der steuern ist teilweise ein bisschen eklig wie gesagt da muss man sich tierisch dran gewöhnen und das game ist wirklich gefühlt anders als messi war zu weit rechts scheiße oh man wenn das in reiner bot war ärgere ich mich gerade tierisch gegen so einen verloren zu haben das ist auch komisch gibt es gas jetzt sieht das messer es ist so ungewohnt das game wenn man bedenkt wie alt das ist und wie viele leute das gezockt haben immer gespannt ich krieg kaum kontakt die eine runde war besser ja meine zwei aufwärmen runden da war eine ein bisschen besser durch mehrere kills junge ich habe so daneben geschossen hilfe magazine nein nein dass ich nämlich ja ich habe gefühlt du bist so langsam auch gefühlt langsamer als im cd aber hey ich werde noch ein paar runden zocken also ist nicht allein nur ich war auf sein body verdammt nochmal wenn das ein echter bot ist der ist gut oder beziehungsweise ich bin schlecht aber hey bleibt mal in die kommentare wie scheiße bin ich was kann man besser machen ich habe mich total gewundert weil es ja gar kein mp das ist ja eine pump mord der kann der schuss her habe ich eine spritze nein scheiße ich hatte ich wusste nicht wo der schuss herkampf packt das sieht aus wie die bison dass sie wie sie noch sonst heißt aber ja es ist wie gesagt total schwer teilweise längst ruhig dann ist auf eine figur wieder ein bisschen schneller und direkter kontakt ist ein bisschen ja eklig sage ich mal aber ja wenn es euch gefällt kommt natürlich noch ein video wie gesagt 20 likes auf das video und dann kommt auf jeden fall ein zweiter teil ich habe zu weit nach links gezielt das ist so ärgerlich und das ist hier so gefährlich weil du so schnell stirbst und an die versteuerung muss man sich so gewöhnen ich sage bis ich mich darauf konzentriere zu schießen danke fürs helfen oh mein gott da hat doch eben drauf geschossen oder da war das schnell und ich hoffe das sind keine bots sondern wirklich gegner weil dann bin ich ein steuerkreuzmann bonuswaffe ja das ist eine bonuswaffe ich kann einmal zufällig wechseln oder immer ja ich habe wieder das komische sniper gewehr oder so ich habe keine ahnung aber ich bin echt miesen die game nach spüren nette abschüsse hin aber meistens ist das ziel ausgerichtet und dann sterbe ich jetzt und scheiß jetzt habe ich eine mp yes baby wo ist das ungewohnte deswegen mal so nah scheiß ich habe die schritte nahe gehört und dann dachte ich der ist gleich vor mir und dann war auf einmal okay ach das ist die bonus war für die zweite waffe ach so und dann auf einmal habe ich den hinten gesehen war total verwirrt und dann kommt der eine vor mir noch um die ecke ich habe doch schon ein problem mit einem gegner halt so ein scheiß ich denke mal das ist eine gute ecke mit der wand hängen okay jetzt ist hier keiner mann ich bin auf der falschen seite der karte okay ich bin nicht alleine ich habe noch jemand bei mir sehr schön danke man ist schon wenn man selber so scheiß langsam ist jungen ich habe doch drauf damit kam ich von eigentlich gut klar und dann noch am ende oder was war das meine ich weiß es nicht okay ich bin nicht irgendwo dabei ja ganz weit hinten vorhin war ich noch in der mitte waffentrainer okay abschüsse mit einem einzigartigen okay so sind wir wieder hier auf den desktop angekommen ich meine auf den hauptmenü des games ich hoffe es hat euch gefallen ich bin echt mies habe wie gesagt das war erst meine vierte runde und ja es ist sehr gewöhnungsbedürftiges game heftig wie lange das ja auch schon existiert auch ein paar jahre haben ja auch viele andere youtuber schon damals gezockt sondern unter anderem auch der kuchen dv was soll ich sagen also wie gesagt bei 20 likes gibt es eine zweite ein zweites video also like das video ich brauche nur 20 likes für mich in meiner größe ist das wenig andersrum gesagt für große youtube ist das wenig für mich in meiner kurs ist das echt viel und ich würde freuen wenn ihr mich ein bisschen positiv bestätigt mit meinem kanal dass ihr mal ein bisschen liebe da lasst ein like bei die videos schreibt es in die kommentare aktiviert die glocke und abonniert meinen kanal ansonsten bin ich erstmal hier mit raus ich ansonsten bin ich hier erstmal ansonsten bin ich hier erstmal ansonsten bin ich hier mit erstmal raus ich wünsche euch einen schönen tag guten morgen noch besseren abend euer ob glück oder köln peace bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal